Schaut euch einmal diese riesige Bestellung an. Einmal das Super Nintendo Entertainment System Morphan Set Nr. 2. Wir haben hier einmal noch den originalen Spieleberater, der mit dem Super Game Boy in diesem Set ausgeliefert wurde. Dazu natürlich den Super Game Boy, den Controller, in einem Top-Zustand die Konsole. Einmal der König der Löwen in Originalverpackung. Wer hier Level 2 geschafft hat, Respekt. Secret of Mana, bin gespannt, wer von euch hat auch mal die gegnerischen Zauber mit dem Schrumpfarmal weggeglitcht. Donkey Kong Country, wer von euch hat die 101% und alle Secrets gefunden? Und die Flintstones. Ei, ei, ei. Sehr cool. Mickey Mouse, The Magic Equest. Für die Bestellung brauchen wir auf jeden Fall einen riesigen Karton. Einmal noch Young Merlin. Ein SNES-Controller in OVP. Und noch zwei Verlärmungskabel für die Controller. Zusätzlich auch noch zu der Riesenbestellung ein Game Boy Color bestellt. Wie zum Beispiel Mickey Mouse, Super Mario Bros. Deluxe, Super Mario Land 2, Ario Land 2 und 3, Harvest Moon und Harvest Moon 2. Mit dabei ist auch ein Retron 5, mit dem man die ganzen bestellten Spiele auch auf den modernen Geräten spielen kann. Hierauf funktionieren der Genesis, SNES, NES und Famicom und auf deinem Gerät mit HDMI-Anschluss abspielen. Dazu das Multiplayer-Upgrade mit einem weiteren Controller. Wenn du so eine mega Bestellung abgegeben hast, bekommst du von uns noch den Retron SQ dazu, mit dem du deine Game Boy, Game Boy Advance und Game Boy Color Spiele auf deinem Fernseher spielen kannst. Du gibst natürlich noch ein paar Sticker und Gummibärchen. Danke. Wenn du auch deine Bestellung gefilmt haben willst, schreib deine Order-ID einfach unten in die Kommentare.